So letzte Runde. Ich fahre genauso wie immer, habe Spaß wie immer und es ist einfach ein schönes Send-Off. Ich möchte ihn nachher nicht kaputt machen. Nicht wahr? Ja, wir müssen noch heimkommen damit. Ja, wäre gut. Ich will nicht mit dem ADAC heimgebracht werden. Ich auch nicht. Aber versucht man mir keine Ding-Tipps zu geben. Ich versuche einfach normal zu. Ja, ok. Also nur im Notfall. Ja. Ja. Ihr könntest nicht weg. Ist nicht weiter. Ich hoffe. Ja. Ja. Wann geht. Ich hoffe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020